Oh, man kann nicht mit der Maus hinterher geiern und... Oh, das ist nicht wahr. Eher weniger. Was macht der? Jetzt muss ich jemand anders. Oh, nicht. Komm schon. Jawoll, wir haben gewonnen. Nice. Wir haben besiegt. Ich habe Dumpen, die mehr Gehäuser haben als du, Freund. Nein. Ich habe über diese Schule genommen, und du bist eine Verpflichtung. Bis zum nächsten Mal, moron. Gut gemacht, Jimmy. Ja, gut. Was für Zeit. Alles gut, Russell? Ja? Ich habe nie gesagt, nichts über deine Mutter. Nein. Du hast es gemacht? Aber ich will, dass du wehste Kinder zu beurteilen. Warum? Weil es gibt ein paar Kinder in diesem Ort, die eine Bedingung brauchen. Und du gehst auf ein paar, die nicht. Also ich will, dass du mich und ihn allein verlassen. Oh, okay. Sorry. Bad, Russell. Geil. Haben wir jetzt Russell sozusagen als Schützer oder sowas? Das ist natürlich eine geile Sache. Aber Gary so hinterhältig. Kapitel 2. Mit Russell passiviert, könnte ich mich verpflichtet, dass meine Probleme in Bulwurth vorbei sind. Aber dieses Ort ist ein rotter Öl. Du pfehlst eine schützende Läge und da ist noch eine noch schmerzende. Wir können in eine Stadt? Können wir in die Stadt gehen? Okay. Okay, go ahead. Hey! Neue Kind! Du bist der Typ, der mit Russell geworfen hat. Also? Was ist das für dich? Hey, hörst du. Wir lieben eine Box. Die noblen Kunst und all das. Warum kommst du nach unserem Gym? In der alten Bulwurth-Vale. Wir sollten definitiv zusammenhängen. Ja, ich habe viele Dinge über dich gehört. Ja, egal. Okay. Okay. Schön abgewiesen. Auf jeden Fall. Boah, Quest, 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 Quest. Aber ich glaube, wir sollten erstmal in eine Küche reingehen. Hm, was kommt denn jetzt hier? Würdest du mir eine Hand geben? Ich bin überrascht. Ah! Okay, ich bin vorbei. Wenn Trevor's spinnt. Was ist der denn? Auch noch oben. Okay. Schaffen wir das wohl? Der kommt mir viel zu schnell um die Ecke hier. Na komm, haut ab. Dann gehe ich nämlich auch gleich in den Unterricht. Na komm schon, geh um die Ecke. Dankeschön. So, jetzt probieren wir mal schnell. Na komm schon. Na, so. Tu die Schokolade rein, dann gehen wir noch in den Unterricht. Zehn Dollar dafür verdient, nice. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Englisch? Bitte nicht, oder? Biologieunterricht. Oh, okay. Good morning, class. Are we all ready to cut something open today? So, was gibt's heute? Frosch? Oder Fisch? Na, ne Ratte. Lecker. Ah, die machen wir noch im Fix hier. Klop, 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 klopp. Einmal durchschnipseln. Ach, oma auch noch. Bestimmt wieder bei dem Frosch das Gleiche. so unten noch wo macht er die striche denn nicht hier einmal links einmal rechts wieder festmachen hier und so wie soll das herz rausschniepseln das herz nehmen ich glaube das wird immer pro unterricht immer schwerer die form sind einfach aber es werden auf jeden fall mehr das heißt man muss mehr weniger zeit schaffen beziehungsweise fast in der gleichen man braucht man muss halt sich beeilen dafür und die hoden ja geil hoden schön mit dem durch quer abschneiden das ist der kleine bildmauer nein komm schon so hier mit pillemann was gibt es gasmaske freigeschaltet gefällt mir doch gleich direkt ne 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 wo wollte jetzt hin ich musste in die küche einkauf in letzter minute boah nein lecker boah lecker gott gott okay boah so ne lecker fliege hier boah lecker boah das grad lecker da möchte ich auf jeden fall in der kantine essen dann beeilen wir uns mal schnell ne und dann noch den einkauf schaffen sozusagen jungs alles gut komm schon komm schon komm schon komm schon so so geil okay okay ich habe es verstanden 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 wo müssen wir denn hin da vorne müssen als erstes hin einfach so absteigen ist einfacher so wir müssen einmal fleisch unterhosen und ein rasierer boah nein bis mitternacht so die restlichen objekte hier okay dafür da ist glaube ich der rasierer für die für ihren bad und unterhosen da war ja was unterhosen müssen wir auch noch kaufen äh da müssen wir hin warn in genau da gibt es die unterhosen guten tag und tschüss achso geil benutze die bus haltestelle okay ja man kann ja auch lenken beim fahren ist nicht so ganz einfach aber es geht auch lassen wir einfach mal die karriere stehen so schulbus benutzen achso geil und dann bringen wir schnell die sachen ätna weiß es nicht so gut wah jetzt